Wenn die Menschen nach Maßgabe von Solidarität und Gemeinsinn handeln würden, würde in unserer Gesellschaft nichts funktionieren. Ich war für meine Eltern keine lebensnotwendige Aufgabe. So haben sie mich auch nicht mit Trottel, Pferd, Fantasieschwert und Narrenkleid ausgestattet. Darin bin ich kein Botschafter. Eine Lösung ist möglich, aber nicht für uns. Ich habe noch den Geruch des Heldenvaters in der Nase. Wenn ich mich erinnere an uns und die Monstrosität, die wir miteinander hatten. Ich kann nichts mehr über dich sagen. Du suchst das Märchen? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020